Guten Morgen nochmal an dieser Stelle zum jetzigen JFD Live Trading TV, hier kurz vor 11. Wir wollen uns den Markt näher betrachten und hierbei speziell den DAX in den Fokus nehmen, der hier ganz interessant daherkommt, denn wir hatten ja gestern auch in der Früh hier den Markt analysiert und es war durchaus denkbar, dass wir hier weiter ansteigen im Sinne eines V-Reversals, denn auch hier schon ein Stück weit Widerstände voraus, die hier eine nahende Umkehr durchaus möglich werden lassen. Gut, die V-Umkehr sehen wir mit der heutigen Schwäche, rund 1% im Minus, nun nicht bestätigt, also zu einer V-Umkehr zählt eigentlich das, was wir hier sehen, im Prinzip eine Reihe an Kerzen gleicher Farbe, Schrägstrich gleicher Tendenz, das soll heißen, hier hätte es im Prinzip weiter aufwärts gehen sollen, um hier praktisch ein klassisches V zu etablieren. Das kann heute natürlich noch kommen, aber es sieht technisch hier zumindest erstmal ein Stück weit, ja, angeschlagen buchstäblich aus. Das heißt, hier mal schauen, ob die letzten drei Erholungstage nicht bereits wieder zur Disposition stehen. Das wird hier interessant, wenn wir uns dem Stundenchart zuwenden, denn hier sehen wir praktisch natürlich in den Chart gesoomt diese Erholungsbewegung seit dem Sell-Off vom Montag, hier eine 24-Stunden-Indikation und hier lässt sich ein kleiner Trendkanal einzeichnen, der auch durchaus ähnlich dem Austral-Dollar, den wir heute Morgen analysiert hatten, als bärische Flagge identifizieren lässt. Zudem haben wir hier relativ deutliche Divergenzen, das natürlich auch hier hergeleitet bereits durch die 24-Stunden-Indikation. Hier hatten wir in der Nacht ja eh einen schwachen Handel. Am Vortag letztlich aber hier, am Vorvortag wurde bemerkt, hier letztlich dann zur Eröffnung des US-amerikanischen Markts, das ist hier praktisch die Nachmittagszeit vom DAX, führten neue Hochs trotzdem nicht zu einem klaren Umkehrsignal. Und das ließ hier schon eine weitere Schwäche durchaus möglich werden, die sich aktuell auch fortsetzt. Und wir haben hier durchaus noch ein Stück weit Spielraum. Der DAX aktuell hier an einem Level, was ja zum einen durch diese untere Trendlinie hier, aber auch zum anderen, wenn Sie hier den Spike sehen, vom 25.08. hier das Low vom 26. zum Closing der US-Märkte, hier nochmal ein indikatives Low von gestern früh in der 8 Uhr. Wir haben jetzt hier praktisch genau dieses Niveau, hier um 1.180, welches durchaus interessant scheint. Sollte der DAX also jetzt hier die Anfangsschwäche, die sich hier mit der Eröffnungskerze letztlich durchgesetzt hat, weiter fortsetzen, dann wären hier Preise unter 10.180 Punkte durchaus verkaufenswert im Sinne des Ausbaus der negativen Divergenz und auch eines Einlaufens in die überverkaufte Zone, rein vom Oszillator hier RSI14 her. Das soll heißen, hier könnte sich mit der Bewegung hier von Ende des Mittwochs, Donnerstag herab, hier so ein kleiner Bogen bilden, so ein kleines Top, welches hier dann rein technisch weitere Verluste zulassen würde. Wir machen mal den Bogen hier gerade fix, 1, 2, 3, könnte sich praktisch so darstellen, als kleiner Top-Bogen hier oben. Und das wäre insbesondere eben der Fall, wenn wir jetzt hier markant neue Tiefs machen. Dafür spricht die Wochentagsstärke, Schwäche in dem Fall vielmehr, also hier wird ja die Wochentagsstärke signalisiert, sprich wie viele Tage konnten im Plus beendet werden. Und 40% Freitag ähnlich schwach wie der Dienstag, also statistisch hier auch ein Stück weit Gegenwind, welcher hier vom statistischen Wert her mit Blick auf die letzten 52 Handelswochen eine fallende Tendenz präferieren lässt. Und der erste Ausverkauf wird jetzt hier mehr oder weniger versuchsweise stabilisiert. Wir gehen mal kurz auf den DAX, dann noch hier in der Beschau. Moment, wenn er mag, jetzt mag ich gerade nicht umschalten hier am Partnerdesk, aber da müssen wir einfach nochmal ein Stück uns gedulden. Bevor das kommt, jetzt wollen wir wie gesagt hier bewerten, was das Top macht, Divergenzen, Top-Bildung, wenn es hier ein neues Verlaufstief gibt, was hier insbesondere unter dem Tief hier der 8 Uhr Kerze von gestern fällt. Und das wäre dann hier deutlich unter 10.180 Punkten, also hier dann 10.167 speziell wäre hier durchaus als Verkaufssignal zu interpretieren. Gut, soviel mal dazu. Wir gehen jetzt mal in den Tagesschart. Den haben wir uns ja auch schon angeschaut gestern. 10.180 wäre praktisch hier das Tief von gestern unterschritten. Und das könnte natürlich dann hier zu einer Ausdehnung führen, die hier nochmals einen Test der 10.000-Punkte-Marke vor dem Wochenende zulässt. Wir werden auch im weiteren Tagesverlauf, spätestens am Nachmittag, einen größeren Artikel nochmal posten, der sich hier an den der letzten Woche anschließt, im Sinne dessen, okay, steht jetzt hier eine größere Korrektur bevor oder nicht. Summa summarum deutet es sich an, dass wir hier eine weitere Schwäche zu erwarten haben und der Markt tendenziell doch nochmal unter die 10.000 kippen dürfte. Gegebenenfalls vielleicht heute auch mit dem saisonal statistisch negativen Rückenwind sozusagen. Oder aber eben dann, wenn es denn anders kommt, in den kommenden Tagen. Wir haben jetzt hier volatilitätstechnisch und saisonal gesehen stürmische Zeiten vor uns. Das spricht ergo für eine eher volatile Phase, die wir hier dann durchaus dahingehend bewerten müssen, dass der Markt, wenn er denn nach unten auftritt, auch natürlich das mit dynamischer Volatilität vollzieht. Und auch hier im Kontext der kleinen Aufwärtskerzen, der starken Abwärtskerzen und des V-Reversals, was wir jetzt hier ansatzweise sehen, welches jedoch hier kurz vor der Relation stehen könnte, wenn jetzt hier und heute ein schwacher Tag folgt und am Montag gegebenenfalls auch noch, dann hat sich das V-Reversal rein technisch definitiv erledigt. Und wenn wir hier das Fibonacci-Level mal rannehmen, dann wären wir hier noch nicht mal bis zum 50er Retracement-Level gelaufen, beziehungsweise bis knapp vor diesem, wären gescheitert. Und insbesondere mit Rückgang hier unter das 38er-Level, was auch durch einen Rückgang unter das gestrige Tagestief bestätigt werden würde, wäre es dann sicherlich hier die Gefahr gegeben, dass wir unter 10.000 Schrägstrich in Richtung der letzten Verlaufstiefs doch noch mal zurückfahren. Also hier die weitere Erholung bleibt hier eher der Plan B. Also da müssten wir heute schon noch mal explodieren ordentlich. Präferiert ist und dann setze ich das auch gern noch mal direkt runter jetzt im Sinne dessen, dass die Chance eines V-Reversals meines Erachtens schwindet. Setzen wir das gleich mal runter, dass hier eine Chance in Richtung neuer Tiefs meines Erachtens als erhöht anzusehen ist. Warten wir mal ab, was heute noch passiert. Gegebenenfalls schalten wir uns einmal am Freitagnachmittag, am späten Nachmittag noch mal dazu. Die Amerikaner werden wir heute auf jeden Fall noch mal unter die Lupe nehmen. Dann bleibt auf jeden Fall spannend, aber der Index könnte hier schon wieder ein Stück weit Fahrwasser verlieren. Wenn der Einbruch kommt, dann könnte es auch recht schnell gehen. Warten wir mal ab, was passiert. Ich sage danke für das Einschalten. Wenn Sie mögen, hören wir uns später wieder. Ihr Christian Kemmerer und Tschüss.